Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 45 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1290 Euro pro Monat. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt. Mehr Mehr